Schönen guten Abend liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße euch recht herzlich zu einem kompakten TMMA Update taktischer Natur heute am Abend des 7. November. Ich bin Thomas Jansen, Chief Investment Officer. Wir haben es den 7.11.18 Uhr. Herzlich willkommen. Starten wir mal ganz kurz und kompakt rein. Der Markt ist nach wie vor an dieser Projektionslinie festgekettet. Fast sklavisch hangelt er sich hier um TRI1 in die Seite und kann weder für Bullen noch Bären eine Aussagekraft produzieren, die ihren Namen auch verdient hätte. Das Ganze geht hier wirklich äußerst trippelschrittartig in die Seite. Sollte der Markt ein bisschen mehr loslassen, müssen wir sicherlich hier mal mit einem kurzen Move to the Downside rechnen. Wir haben hier bis zur nächsten Unterstützungsmarke aus Linien und Kanälen ca. 4,5% Platz. Also rund 1.600 Dollar könnte der Markt sich hier nach unten abschwächen. Wäre dann auch nicht mehr uneingeschränkt long ausgerichtet nach meinem Dafürhalten. Also wenn es hier runter geht und wir TSI 1 verletzen, würde ich diese Bewegung zunächst einmal zurückqualifizieren auf neutral. Ja, also dann wäre der Markt hier neutral, müsste dann mal zeigen, was er weitergehen möchte, ob er vielleicht eine Korrektur konkretisiert. Ja, also der Markt wäre auf jeden Fall mit einem Bruch oder mit einem Test von TSI 1 nicht mehr uneingeschränkt aufwärts gerichtet. Von daher die Abqualifizierung. Das Ganze steht auch einigermaßen im Einklang mit den Indikatoren. Wir haben jetzt hier den Bereich 4 Stunden, sind hier so ein bisschen auf, naja, ich sag mal Kuschelkurs mit Karma Low Tracker und mit dieser Dyna-Zone. Die kommt jetzt hier langsam nach oben. Reicht von 34.600 bis 33.800. Also auch hier sind Rücksetzer durchaus drin, ja, die uns dann auch ein bisschen Verkaufsdruck bescheren können. Also im 2-Stunden-Chart sehen wir das schon. Wir sind hier so ein bisschen auf Abwägen. Ja, also ein bisschen sind wir hier schon nach unten weg. Der Thermosensor geht auch so ein bisschen runter. Das sehen wir auch im Stunden-Chart, wo wir bereits ein Powerboost-Short haben. Ja, also Fazit zu den Indikatoren. Das Ganze ist hier noch sehr, sehr leicht ausgeprägt. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass die Bären hier irgendwie massiv wären. Das ist nicht der Fall. Aber wir kommen trotzdem ein bisschen runter. Ja, insbesondere hier im Stunden-Chart könnte das dazu führen, dass wir hier die untere Dyna-Zone abgeben. Die wurde zuletzt verteidigt. Ja, aber es ging halt nicht weiter auf der Oberseite. Von daher nicht überrascht sein, wenn der Markt hier mal so ein bisschen nach unten reagiert. Ja, also das mal als Fazit zu dem Bereich quantitative Analyse mit den TGA-Indikatoren. So, jetzt gehen wir hier mal ins Volumen. Ja, im Volumen-Chart hatte sich der Markt zuletzt hier so ein bisschen rangy gezeigt. Ich habe hier eine neue Value Area, deren Oberkante bei 35k liegt und die Unterkante hier unten, die untere Ablehnungsgrenze, bei circa 33.900. Da sind wir jetzt mittig drin. Ja, also wenn wir hier mal so ein bisschen reinzoomen in diese Bewegung, dann sehen wir, hier ist, wie gesagt, der Volumenbereich, um den es geht. Ja, hier oben hat er versucht, so ein bisschen auszubrechen. Hat nicht wirklich funktioniert und von daher müssen wir jetzt vielleicht hier noch einmal einen Test der unteren Ablehnungsgrenze im Auge behalten. Ja, das könnte hier wirklich auch mal relativ zeitnah der Fall sein. Das sind hier nur 600, 700 Dollar, dass der Markt mal so ein bisschen loslässt. Ja, und dass wir dann vielleicht hier unten mal so ein bisschen auf Kampfkurs gehen mit dieser unteren Ablehnungsgrenze. Das kann hier dann so ein bisschen wackeln. Ja, aber könnte dann so ein bisschen die Schleusen aufmachen nach unten. Ja, also ist schon wichtig, hier ziemlich genau hinzugucken und keine wilden Dinger zu machen. Das halte ich für wichtig im Augenblick. Okay? Also, damit haben wir jetzt mal die drei Hauptbereiche entsprechend charakterisiert. Die Elliot Wave möchte ich auf das Update von heute Vormittag verweisen und auf das Video von heute Mittag, 12.30 Uhr. Es gibt jetzt keine Änderung zur aktuellen Haltung, was die Elliot Wave betrifft. Also bitte kurz im Chartbereich, im Kundenbereich das entsprechend nachschauen. So, morgen gibt es dann zur Mittagszeit das nächste taktische Update. Bis dahin wünsche ich allen Tradern und Investoren ein gutes Händchen. Eng dranbleiben. Vielleicht kommt der Markt so ein bisschen in Bewegung. Stichwort amerikanische Aktienmärkte. Da könnte die Situation auch langsam heiß werden. Von daher Augen auf hier im Bitcoin. In diesem Sinne freundliche Grüße. Euch allen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank und bis morgen. Euer Thomas Jansen.